Das ist so krass, um sich greift, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ein Scheinback. Ist hier doch auf Rücken wegen irgendwas. Wie kann ich das Zeug hier verarbeiten? Kann ich das irgendwie... Schaforvisieren kann ich. Mit 119,4 Grad. Sehr gut. Frage ist, wo drinne. Oh, die müssen schneller arbeiten, ey. Wir müssen hier das umkriegen. Das ist gleich voll. Das dauert noch. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir haben zu schnell zu viel gebaut. Oh Gott, was ist dann, wenn wir nicht aus der Kontrolle geraten? Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir das irgendwie gerade biegen, ey. Das ist hier gar nicht gut. Nachbarn, ich drücke mal Escape hier. Was ist so pralle? Sehr gut, komm, dann kommt hier oben ein bisschen Sauerstoff hin, aber nicht. Wie sieht das aus? Da ist es ein bisschen besser, hier ist es nicht so toll. Hier ist es eigentlich richtig gut, hier unten. Ich glaube, die Algen muss ich einfach aufteilen, weil die sind nur an einem Ort. Das macht Sinn. Ich habe die alle hier unten hingemacht, weil ich gedacht habe, dass das hier dann verteilt wird. Aber ich glaube, wir müssen die Dinger ein bisschen verteilen, einfach. Dann könnte es einigermaßen erträglich werden. Äh... Deconstruct. 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 So. Und dann setzen wir euch mal... ...ein bisschen um. Und zwar hier hin. Hier hin. Hier hin. Da kann ich leider nichts hinstellen gerade, das ist ein bisschen blöder. Muss erstmal reichen. Die Dinger habt ihr hier unten abgerissen, jetzt müssen wir das Ding auch wieder neu aufbauen. Ihr könnt doch eigentlich auch noch die Konstrukte bekommen. Und euch müssen wir ganz schnell wieder aufbauen, hier. Ich hoffe, wir kriegen das dann ein bisschen verteilt. Ich hoffe, ich liefere die Algen dann auch wieder da hin. Was ist da eigentlich? Ich hoffe, wir haben hier noch einen Karbondioxid, das ist im Zufall. Wenn wir nur noch... Ach, was ist denn los hier? Wir kommen noch Algen. Oh, Wasser sieht echt nicht gut aus langsam. Vor allem, weil das hier immer zugekotzt wird. Hier wieder aufgekotzt, bis der Arzt kommt. Wie sieht das jetzt aus mit dem Diagramm? Das sieht doch schon mal viel, viel besser aus. Ich brauche hier nicht mehr. Also, dann canceln wir das Ganze. Ich glaube, in der Kombination ist das, glaube ich, gar nicht schlecht, kann das sein. Keine Algen mehr. Das ist ja auch super hier. Ihr könnt hier sweepen, bis der Arzt kommt. Meine Güte, noch eins. So, die letzten Algen hier. Das würde ich auch gerne mitnehmen, aber das geht leider nicht. Da sind noch Algen. Die müssen wir jetzt von der Priorität mal hoch machen, hier, dass ihr die mitnehmt. Ich muss das unbedingt nochmal besser machen, hier. Muss ich mich nächstes Mal noch vorbereiten. Hier, die Ecke ist jetzt richtig gut. Wenn ich das jetzt hier noch hinkriegen würde, wäre das super. Der ist auch kaputt. Guck mal, ist hier noch im Dunkeln rum. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir müssen euch noch irgendwie gesund kriegen hier. Das ist echt ein Problem. Ich glaube, dass die nebeneinander stehen müssen, irgendwie. Das mit der Wasserversorgung habe ich auch noch nicht ganz kapiert hier. Ich habe zwar Wasser angefressen, aber es kommt ja kein Wasser an hier. Mit der Pumpe funktioniert das ja irgendwie nicht. Ich weiß leider auch nicht mehr, warum. Achso, die Toilette ist begrenzt, okay. Dann müssen wir mal bei der Gelegenheit eine neue bauen. Hier oben würde ich sagen. Aber die Toilette braucht ja auch Wasser, ne? Ja. Ich kann doch noch eine Person dazu holen. Den Heater setzen wir hier hin. Und... Ich weiß nicht, ob die da dann vorbeiklettern können. Wir probieren das Haus. Und ich kann hier gleich wieder lang laufen. Weil das Ding hier im Weg steht. Oder kann das nicht gebaut werden? Doch, kann gebaut werden. Na, mal gucken. Haben wir schon was Neues gelernt? Ist es jetzt schon so weit? Oder fehlt das System? Forschung. Forschung. Ein bisschen mehr Ressourcen haben. Hier ist Metall ohne Ende drin. Oder ist das mal alles weg hier. Ein Bett brauchen wir auch noch, ne? Ein Bettchen, ein Bettchen, ein Bettchen. Da. Da. Ja gut, ich glaube, die machen das jetzt komplett zu. Und dann können die die Sachen nämlich noch bauen. Erstmal, das kann keiner mehr sticken. Jawohl, ja. Dann ist das Zeug auch noch nach oben gekommen. Das ist ja nicht so pralle. Das Sauermachen hier, zumindest das Mom hier, das geht ganz gut. Aber der Rest nicht so. Wenn das Bett steht, dann hole ich noch eine Person dazu. Auch wenn wir schon Probleme genug haben hier. Wie sieht das Sauerstofftechnisch aus jetzt? Das da unten sieht gut aus. Das ist ein bisschen atembar jetzt. Aber auch noch nicht pralle. Das sieht aus, wenn das jetzt noch besser wächst als vorher. Ich habe doch gar nicht nach oben geguckt, ne? Hier sind noch Metalle. Hier sind noch Algen ohne Ende. Wir müssten eigentlich auch mal nach unten. Das ist noch wieder so gelblich hier. Das gefällt mir nicht. Ja, kann ich schon wieder sauber gemacht werden. Großartig. Da ist es noch nass. Das ist nicht gut. Wir müssen das noch sauber machen, bevor ihr da schlafen geht. Ich hoffe ja, wenn wir das Filtersystem gelernt haben, dass wir dann wenigstens irgendwie das mit den Bakterien in den Griff kriegen. Das ist nicht so viel Kram aufeinander, dass ich da nicht erkennen kann, was es ist. Das ist nicht so pralle. Kann man das Zeug irgendwo reinpacken? Äh, steht nichts Besonderes dran, ne? Ne. Ich gehe mal stark davon aus, dass kann man filter das Zeug. Ja, Marie dreht wieder am Rad hier. Ich weiß, ich weiß. Ich drehe auch bald am Rad, wenn das hier nicht weiter vorne geht. Da kann ich schon wieder sweeten hier, weil die schon irgendwas ausgelaufen ist. Da ist was. Kann ich. Großartig. Ich glaube, das Ding kann ich nicht bauen. Ich kann das Ding mal weg da nicht. Kann ich das vielleicht hier noch einsetzen? Gucken wir mal. Und das Mal ist weg hier. Großes Lager wäre auch nicht schlecht. Gekocht hat immer noch keiner. Es gibt nur dieses Pressgedöns. Ja. Komm, wir laden jetzt eine Person ein hier. Ist egal. Kochen fünf. Grease Monkey. Amphibious. Muskeln auf den Muskeln. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.